Tach, wir machen neu, ne? Jo, also so. Und hoffen auf eine Welt, die uns ein bisschen Boden unter den Füßen bietet. Und auch sonst ein paar Möglichkeiten, womöglich sogar etwas darüber hinausgehend bloße Überleben zu sichern. Und mal sehen, was wir da Schönes anstellen können. Ja. Ja. Wupp. Aha. Eichen, Eichen. Mh, Birken. Äh. Jo. Oder? Ne? Wir markieren, äh, wie gewohnt. Wir gehen zum On-Point. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht, aber ich mach das halt gern. Gucken derweil schon mal, ob wir so ein Weizenkörner kriegen können, aber offensichtlich ist das hier Mau. Keine Ahnung, ob wir das wiederfinden. Wo ich hier schon grad bei Weizenkörnern bin. Dann machen wir mal hin. Oh, das wird nicht leicht, äh, da ist Wasser. Da ist Wasser. Da ist Wasser, das ist ja schon mal gut. Was bist du? Oh, Kaninchen-Zeugs. Es wird nicht leicht, die Orientierung, äh, zu wahren. Da. Für mich. Aber, tja, da müssen wir wohl durch. Na komm, zwei Brote müssten wir doch mal, aha, aha. Aha. Müssten wir doch mal zusammenkriegen hier. Also, ne? Körner für zwei Brote, meine ich. Vielleicht auch nicht. Vielleicht gleich so ein bisschen Holz zusammenklauben, weil ohne Holz können wir das ja auch nicht anbauen. Wir müssen ja den Boden bearbeiten. Mit so einem Hackengerät. Und, äh, Kohle sollten wir finden und ein Plätzchen für heute Nacht. Das steht als allererstes an, natürlich sowieso. Da gibt's kein Vertrauen. Was sind die Möglichkeiten? Immerhin, sechs. Ja, nochmal. Ne, doch, sieben. Kinnas. So geizig heute. Ja, ein Setzling. Komm, hier. Ein bisschen mehr Holz geht auch noch. Auch immer so ein bisschen in der Hoffnung auf Äpfel, ne? Aber die kommen ja auch nicht üppig aus dem Laub gesprungen. Leider. So, dann wollen wir direkt mal, äh, Dings machen, wie sich das gehört. Und, äh, ja, schon ein bisschen mehr, ne? Wir brauchen ja dann auch noch, vielleicht, mit etwas Glück, wenn wir Kohle finden, Fackeln. Sowas. Und natürlich sowas. Das ist einmal dies und, äh, einmal jenes. Eine Axt wäre jetzt auch nicht ganz, äh, falsch gewesen. Aber, so ist es auch okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Äh, sechs, sieben zum Beispiel. Dann kann das ja schon mal vor sich hin wachsen. Ähm, ähm, ähm. Wo ist unser Spawnpoint? Ist der da hinten? Ja, das sieht doch danach aus. Wo gibt's denn hier Kohle? Wo könnte's hier Kohle geben? Also nur da, diese eine Schlucht, das war ja schon ganz okay. Ist das das gewesen? Also Schlucht ist, äh, natürlich hier scharf, ist gut. Aber ohne Eisen, das war, glaub ich, vielleicht auch nicht. Vielleicht können wir hier runter. Und dann auch wieder rauf. Hey, 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 da ist Kohle. Nehmen wir gleich mit, äh, sonst wird's dunkel heute Nacht. Bisschen Stein nehmen wir auch mit. Oh, allein schon für so eine Eisenhacke. Was erzähl ich? Also für eine Steinhacke, damit wir Eisen abbauen können. Damit wir mit dem Eisen das Schaf scheren können. Damit wir uns dann zusammen mit dem Holz und der Wolle ein Bett basteln können. Aber das mit der Kohle, das zieht sich natürlich wieder. Na, fallen hier schon wieder Kaninchen irgendwo aus großen Höhen runter und tun sich weh. Warum tun die das? Weiß man jetzt nicht. Und ein bisschen Erde sollte ich vielleicht auch noch, ähm, mithaben. Falls man mal schnell was hinbauen muss und schnell was abbauen können muss und so. Sieben Stein. Machen wir doch acht Ofen. Eins, zwei, drei Hacke. Und, äh, das mit der Hacke, das setzen wir direkt mal um. Wo wir hier gerade so schön beim Eisen stehen. Vielleicht gibt es ja zwei, vielleicht gibt es ja zwei Eisen, hatte ich gerade die Hoffnung. Aber, naja, das bringt ja nur noch nix. Aha. Ähm, ja. Ich höre Schritte. Ich weiß nicht, ob ihr was seht. Ich könnte ja mal... ... ... ... ... ... ... ... ... Wir sind wehrlos. Nein, 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 nein. Das ist ein Skelett. Schnell! Das ist ein Skelett und... Ach, Mist. Und ein Skelett, äh... ...einem Skelett sind wir relativ schutzlos ausgeliefert. Schwein. Schwein ist auch gut. Trotzdem habe ich keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Oh. Und jetzt haben wir nur ein Eisen. Ein Eisen, keine Orientierung. Äh. ... ... ... ... ... Und so fing's schön an. Und jetzt wird's aber trotzdem kompliziert. Das macht ja nix. Hier sind jede Menge Schafe. Geht's da irgendwo? Da geht's irgendwo hin, ja? Wenn man da runterfallen möchte. Also das Nahziel ist, den Spawnpoint wieder zu finden und dort irgendwo ein Plätzchen für die Nacht und das Ding hier sollte nicht hängen bleiben, das mag ich gar nicht. Ja, geht hier schon los mit Hunger. Könnten ja in dem Wasser gucken, ob da vielleicht... Ui. Ui. Ja, hier so Gebirge und so, aber das ist ja... Ist das womöglich der See? Nee, das ist er nicht. Gar nicht, also überhaupt gar nicht. Mist, Mist, Mist. Das hier vielleicht? Nee, ne? Da ist so viel Sand dran. Achja, noch mehr Mist. Jo, und so kann man natürlich auch die Zeit rumbringen, indem man im Kreis läuft, vermutlich. Ohne dahin zu kommen, wo man hin will. Und Hunger kriegt derweil. Da ist immer noch Sumpf. Da kann man runterfallen. Es kann nicht weit weg sein. Oh, hier sind die Lianen. Na, das liegt ja am Sumpf. Das kann nicht weit weg sein, aber das kann ja alles heißen. Ihr hattet ja auch nichts anderes vor, ne? Kaninchen. Das haben wir nicht gesehen, ne? Also jetzt, äh... Hm, Mist. Die Sonne geht unter. Mist, Mist. Also das ist jetzt ziemlich Mist. Also jetzt müssten wir eigentlich, egal wohin, Hauptsache irgendwo hin, äh, wo wir vielleicht überleben könnten. Wo sollen das sein? Dieser blöde Sumpf geht mir grad schon mal auf den Keks jetzt, wo ich ihn schon zum fünften Mal sehe, innerhalb von zwei Minuten. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass ich woanders hin will. Nämlich zum Beispiel dahin, wo ich Weizen angebaut hab. Das, äh, wäre ja mal nicht, äh... Ah, 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 das ist nicht hier, ne? Sag dir schon, dass mir dieser Sumpf auf den Keks geht. Guck. Wenn wir wenigstens so eine Höhle irgendwie... ...wiedergefunden haben. Aber nein. ... oder etwas Höhlenartiges, in das man sich, äh, gut einbuddeln könnte. Aber nein. Machen wir das eben schnell hier. Das wird eine ganz langweilige Nacht. Ganz, ganz langweilige Nacht wird das. Na? Dann werden wir die hier so drin verbringen. ... aber ich, äh, wüsste jetzt auch nicht... ...wohin? Können natürlich, solange es hier, äh, relativ ruhig zu sein scheint, ein bisschen Baum noch, äh, abbauen, weil das Holz werden wir so oder so brauchen. Aber, äh, ansonsten sind die Möglichkeiten mau. Es wäre vielleicht nicht ganz unvernünftig, sich ein Schwert zu machen. Ja, das mit dem Setzlinge ist ja mal herzalein Lust. Hm. Na ja. Ähm, Schwert. Was ist mit dem Schwert? Das machen wir mal. Äh, äh, ähm, ähm, ähm. Na, falls wir das hinkriegen. Da draußen läuft was. Ich weiß nicht, was es ist. Keine Ahnung. Axt wäre ganz gut. Habe ich, ich habe, ja, für Ofen habe ich dann halt nix, ne? Aber dann machen wir uns trotzdem erstmal eine Axt und sehen dann irgendwann mal zu, dass wir wieder Stein kriegen. Ach doch, für den Ofen reicht es dann auch noch. Ähm, kann man so machen, glaube ich. Ähm. Ja, doch. Hm. Jetzt sieht man natürlich auch nix. Mit dem Schwert ist man ja beinahe nicht mehr, äh, wehrlos. Was nicht heißt, dass man es mit, äh, jedem dahergelaufenen Monster aufnehmen sollte. Hm. Sehe ich da ein Skelett im Laub? Oder ist das eine Birke? War offenbar eine Birke. Ich bin deswegen hier draußen, weil es drinnen auch nicht spannender ist. Kann man jetzt so auch nicht erkennen, von wo wir gekommen sein könnten. Nicht von da. Und wenn nicht von da, von wo dann? Da hinten sind ein paar Leute. Von da irgendwo, aber da ist doch schon wieder Sumpf, oder? Ähm. Müssen wir da hin? Das. Das ist doch Sumpfzeug. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt bei euch. Hier ist es ja immer noch ein bisschen dunkler, also nachher in der Aufnahme. Und jetzt so wahnsinnig hell will ich das hier auch nicht stellen. Das Skelett sollte uns lieber nicht sehen.